Am Ende des Waldweges im Zeteler Naturwald, hinter einer kleinen Brücke, liegt das Haus der Naturfreunde Zetel. Es ist nicht nur das Vereinsheim der rund 56 Mitglieder der Ortsgruppe Farel Zetel des Naturfreundeverbandes, sondern auch eine Herberge für Gäste aus ganz Deutschland. Mindestens ein Jahr im Voraus sei das Haus ausgebucht, sagt der Vorsitzende des Vereins, Paul Losek. In den Räumen mitten im Wald gibt es 31 Schlafplätze in neun Zimmern. Viele Familien nutzen das Haus als Städte für ihre Familientreffen.